Doni und ich sind im Kniestand. Nun möchte ich ihn auf die Seite bringen. Als erstes greife ich am Ärmel und mit der anderen Hand unter der Achse wie eine Schaufel auf seinen Rücken. Und über die Schaufel mache ich jetzt den Wirbeln, den Doni. Ich drehe ihn und werfe ihn vor mich und ich halte ihn fest im Pfannkuchen oder im Spiderman.